Wir haben wieder hier die Herzbohr, oder? Wir wollten dich aber einmal schön. Uns geht's bestens. Ja, und wollen Sie vielleicht mal was unternehmen? Ich sage, das machen wir in Eigenversicht. Ja, unsere Preise können Sie nicht topen. Wir nehmen beide. Genau. Jetzt komme ich nicht mehr an. Nochmal. Du siehst, mit deiner Hand kannst du quasi deine Richtung bestimmen. Dreh um. Die kommen uns nah an. Die nächsten mache ich dann für die Kühe. Gut, jetzt ist die junge Dame weg. Geh einfach bitte in die Hocke. Ganz aber, geh in die Hocke. Ich habe noch nie gehört. Wie lange ist es denn? 21. Ehrlich? Ich weiß das, ich war dabei. Das ist ihre Mutter. Ja, ist okay, was das ist. Ist okay. Ja, jetzt hast du es ja hätte. Hab ich mich verhört? Oh, oh. Ach so, ich sehe. Ich meine Karadouen suchen. Komm, komm, komm. Ja. Und mir schon kommt. Oh, oh. Und mir schon kommt. Und mir ist das hier weiter, oder? Von der anderen Seite. Ja, ich wollte fast sagen. Wurde, ich muss wieder rüber gehen. Ach so, da. Ich brauche noch rüber gehen, ja? Gute Fahrt! Gute Fahrt! Hände oben drauf! Mäuschen! Sie hat ja auch den Namen Bergziege. Die klettert überall hoch. Kapadokien, in jedem Loch. Ja, in jedem Loch. Die ist überall. Auf jedem Vorsprung, überall. Jede Felsklippe, überall muss sie rein. Das ist kein Wald. Au, brennt. Wir rauchen da. Hat sich übersehen. Das hat er ja gar nicht davon. Macht aber auch Sinn. Ein Stück. Wahnsinn, das ist ja richtig selbe. Oh Gott, das ist brennig. Der ist krank. Ich weiß, dass ich Schiss habe. Ach, von Gott ging denn das ab. Ja, nee, das glaube ich. Weil du erstmal so deinen Augen den Rhythmus finden musst, ne? Ja, da war noch so ein Vater mit seinen zwei tötischen Kindern. Ja. Und ich war so gerade am Kippen für die Bühne und der Stadt. Und die Ginova geht das ja auch. Und die Ginova geht das ja auch. Ja, das habe ich hier oben geschickt. Ja. Ach, das ist noch einer Frage. Ja, ich weiß gar nicht warum ich sie hier oben geschickt habe. 4. 12. 13. 14. 15. Unruf, entspannen, geht! Geht! Trauer nicht, trauer nicht, nein! Ja, frech! Richtig frech! Kommt er an den Tisch, ne? Ich mein, er braucht ja nicht mehr Hilfe. Darum kann er ja auch. Und er mit seiner Telefonnummer, ich dachte, er hat meine, wenn er was will. Genau.